ja hey meine lieben und seid herzlich willkommen hier bei minecraft city city ja gemeinsam also gemeinsam mit pixel shoot und den anderen Marcozock 92 und wir wir joinen jetzt direkt mal auf dem ach das spiel macht einfach nur dermaßen bock und natürlich haben wir große Pech immer wenn wir raufjoin das ist na ja so jetzt geh ich auch mal fahren so jetzt haben wir hier bisschen das war grad irgendwie unpassend vielleicht kennt ihr diesen diesen oder irgendwie sowas hallo GEMA ne ne ach komm geh mal wegen noch nicht mal 6 Sekunden aber ja es war ja noch nicht mal mit mit Beat im Hintergrund ach fucken du musstet ihr das GEMA gar nicht so die Arschis sind bei der ganzen geschichte mhm ganz nice eigentlich so Schaufel kommt da hin so ich mach mal direkt Spitzhacker und noch ne Spitzhacker glaub ich mach glaub ich mach jetzt hier einfach mal den Weg zu meinetwegen hier mit Kobbeln das ist mir grad zu scheißegal ich hasse es einfach wenn ich irgendwo runterfall okay okay ja ich geh jetzt auch hier direkt unseren Tunnel weiter ähm auf jeden Fall mach ich erstmal noch ein paar Fackeln oh oh Kohle so was für Levels hat ihr gott Level 7 Level 10 11 ja aber kommt auch alles bloß durch Kohle und so mhm grad farm ich grad ein bisschen holz auch wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen aber trotzdem so ach ich brauche jetzt ich geh jetzt mal mit dir durch diesen Weg ja der Manu war definitiv langweilig also grad bei meiner Aufnahme hat man das gesehen so Hühnchen kommst du mit 3 Zombies auf einem Schlag also okay die halten gerade Sitzung hier bei mir also wen essen wir zuerst darf ich auch mitmachen hallo darf ich mitmachen hallo okay das war vielleicht ein Fehler die gehen nämlich jetzt glaube ich alle auf mich los ja der Erste sag Bescheid hallo Leute na wie gehts euch ich steh hier grad mit in der Zombiemenge pass auf der leckt grad der Servo und dann pang die alle auf die Graf ich kann die aber hitten und essen und essen deine Eingeweide dein Blut ja schläg mal der will bei uns mitmachen der will bei uns mitmachen der vor unserer Tür gammelt der ist jetzt schon zum zweiten Mal vom Ender im Ender schlagen worden Autsch der tut mir voll leid der ist bestimmt voll der voll der Opfer ich hab ein Brot für euch ich gammelt in der Kiste rum was hast du gesagt ich hab dich grad als Hurensohn beleidigt Dicke ich will aber nicht hetzen aber oooh Eihard Ansage aber dann sage Jungs der Villager hat echt Probleme ich glaub der will auch von Hühnern gefickt werden oder der will auch von Hühnern gefickt werden ey das ist voll der Banger alter wir haben einen Villager der hier Tierfetisch ist ohne Scheiß man na lecker ähm Skeletts ich saße ohne Scheiß nie sterben ich muss ganz ehrlich sagen ich bin dermaßen Brot dass wir das alles für mich auf Wexel machen oooh hui schau das ist schon wieder so ne Sitzung da kannst du dich ja bereits stehen naja na wie gehts euch Aua Boah Boah Kohle ohne Ende ja aber Eisen oder so Diamant der Wahnsinn das ist der Wahnsinn okay ne da wieder was zu esen wie die Hühnern mich nicht wollen oh bin ich voll traurig ach ja hab drei Betten gemacht du bist ein harter Junge bringt zwar nichts weil alle ja äh warte mal könnt ihr schlafen könnt ihr schlafen ey mach mal jetzt jetzt fragst du noch das dritte mal und dann du weißt schon wie die dich dann vielleicht du weißt man kann ja hier so ich glaub das war ich da schon okay glas ja genau dicker schuhe die legen schon Eier ja ja ich wende nur auf Fress ohne Scheiß man das sollte man jetzt eigentlich in meiner Aufnahme sehen Alter ich lach gerade so schwul weil ich es mir verkneifen muss wegen meiner Mahnen und wer nimmt eigentlich mit Facecam auf von euch ich nicht ich nehm noch nicht mit Facecam auf ich mach das so ab keine Ahnung wieviel Abos ich mach das erstmal noch nicht ja ich auch ich hab schon genug durch die Videos und deshalb mal gucken wann ich ein Facecam aufgehen werde mal kicken joo mal gucken ich 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 würd's euch grad nur erzählt gell ich hab mir so ein Ei aufgesammelt hier grad und da gammelt ja dieser Villager unten gell mhm joo ich drehe mich jetzt einfach mal um 180 Grad und werf's einfach mal gegen die Wand was mach ich nicht aus dem Villager mitten in die Fresse na dat war ja mal schlau das war nicht so nett ich weiß achja Mann ey bei mir ist es dermaßen aufregend ja ich lauf hier eigentlich nur sinnlos und unproduktiv durch die scheiße durch die Gegend und ich und ich und ich hab vergessen den Timer zu starten oh Mann ey das war jetzt glaub ich einmal ja guck mal bei Audacity wie lang wir jetzt hier ja ja wir nehmen knapp ouch ähm es hat grad übel geleckt wieder ja mh oh Redstone oh brauchen wir Redstone äh keine Ahnung für Tränke haha wie was okay ähm also stellt euch mal vor Alter es wird noch so laggen der macht richtig hart im Scheiße äh Scheiße im PvP zum Beispiel ja das ist blöd ja ihr kennt das ja von Survival Games denn das ist ja weil der kann das Spiel einfach stehen bleibt wir könnten weiterhin schlagen mhm ja du bist ja eigentlich 10.000 Mal geschlagen und du bist tot weißt das hat mal ne oh Spinnermarsch rrrr 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 Ich glaube, ich mache das auf der Höhe von Eisen, weil dann bringt es vielleicht auch noch was. Alter, Junge, was bist du für ein Pimmel, Alter, ich werde da fast runtergerannt. Wo? Raphael, Pimm. Achso. Alter, ich dachte gerade so, oh Yolo, ich laufe doch mal allein, das ist bestimmt eine Treppe. Und ich hänge dann gerade noch so hier. Ja. Alter. Deshalb war meine Folge ja auch gespannt. Achso. Oh, okay, stell dir mal vor, ja, ich baue hier runter. Der ist am Arsch. Okay, ähm. Das ist richtig, du stirbst direkt. Junge, also ich hätte vielleicht zwei lange... Nee, okay, sowas tue ich nicht, aber ich bin ja rentlich, aber... Äh, wo haben wir denn hier? Ich brauche fucking... Oh, ja, schlecht, kommen wir an das Eisen. Ich glaube, das mache ich später, wenn ich Erde habe. Ich habe ja kaum Erde. Ja, ich habe nämlich vier Eisenerze gefunden. Oh, seid ihr auch so müde? Also ich bin, also ich bin halt irgendwie vollgeplättet, ich weiß nicht. Oh, jemand hat hier gerade neun Eisenbahnen gemacht. Wem gehören die? Äh, keine Ahnung, bedien dich, ist ja scheißegal. Hm. Gut, dann mache ich mir mal ein Rüstig draus. Bleibt. Das ist schon nochmal auf die Hühne. Ja, genau, Zombie mit Kettelrüstung. Okay, aber es fehlt nur noch eine Hose. Dann bin ich komplett. Ah, noch zwölf mehr. Ah, Mann. Mir fehlt noch ein Eisenerz. Nee, auf jeden Fall. Jetzt mal eben diese... Äh, warte ich, ich stelle jetzt erst mal auf Deutsch, ja. Das habe ich doch nicht mal gemacht. Okay, haben wir noch ein Eisenerz? Ach, Mann. Das ist ja blöd. Ja, irgendwie fehlt nur noch ein Eisenerz. So, feindliche Kreaturen, steh ich jetzt einfach mal auf 30. Freundliche sowieso auf 30. Was ist denn da draußen los? Spieler auf 50. Wer spielt? Ach, Mann, habe ich mir keine Spitzhacke gemacht, ey. Und dann haben wir mal in diese Richtung. So. So, nein, ich mache mal mehr. Wie lange nehmen wir schon auf? Wir nehmen jetzt seit, noch nicht 15 Minuten auf, seit 12, also seit knapp. Ja, sagen wir mal, seit 11 Minuten. Dann mache ich mich mal noch ganz schnell zu dem Berg auf den Weg. Ja, und ich ja jetzt mal, dass ich... Ähm, haben wir noch genügend Eisen für eine Eisenschaufel? Ich habe eine Eisenschaufel, brauchst du eine? Ja, das wäre optimal, da könnte ich ein bisschen Erde farmen. Ja, bitte. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns dann irgendwann mal, also vielleicht machen wir das nächste Folge, würde ich dann sagen, also die Folge ist ja... Also dann ist die Session erstmal zu vorbei, ich weiß es nicht, oder? Nehmen wir noch auf. Ich weiß nicht. Ja, entscheiden wir dann jedenfalls. Nächste Folge bauen wir uns dann, glaube ich, einfach mal so eine Art Lagerhaus. Ja. Weil dann haben wir ja so ein sortiertes Kistensystem für unsere Stadt, aber auch unterirdisch, wenn es geht. Ja, ich gehe jetzt dort zu diesem Berg. Dass man es nicht so... Dass man es nicht so vollfindet. Ja, wäre gut. Oh, wie es hier leckt man, man kann doch nicht mal ordentlich Erde farmen. Will man einmal einen auf Gronkh machen, ja, und dann geht es einfach nicht. Terraforming. Ja, genau. Ach, Mensch, er will doch nur Terraforming. Seid ihr Alu, seid ihr noch alle da? Ja. Ja. Schock. Ich war dann weit weg. Okay, da ist der Wald. Okay, ich mache jetzt noch die zwei Stacks voll. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo. Grön englern. Weißt du, die Erde nicht einsammeln, aber dann Platz für Blümchen im Inventar. Ja, ist gut. Bei dem Minecraft Steve läuft aber auch, Alter. Läuft. Oh, Spinne. Ach, Mann, ey. Alter, das ist so eine richtig langweilige Folge einfach, wenn ich so leise sein muss. Ja, ja. Das ist... Das ist immer so behindert, weil normalerweise nehme ich in meinem Zimmer auf, ja, aber ich hatte halt gerade so... Ich bin auf so einer Schule, halt so, ne? Das nennt man ja. Und meine Mama ist einfach ausgetickt, weil ich eine 3 geschrieben habe. Autsch. Das ist blöd. Ich hab sonst eigentlich... Naja, ich bin ja mittlerweile auf ner neuen Schule, also so... Gesamtschule-Style ist irgendwie alles viel einfacher als sonst, weil das halt von der sechsten bis zur neunten eigentlich viel so ne Hauptschule ist. Und ich schreib halt normalerweise durchgehend mit Einser, einfach. Ohne zu lernen. Kommt mir bekannt vor. Und, ähm... Alter, ich kill die Drehscher, da unten ist einfach. Aber, sag ich, kommt mir zwar bekannt vor, ne, aber... Nicht die einen. Achso. Ja, jedenfalls... Ähm... Hab ich halt im Prinzip jetzt einfach nur noch 3 geschrieben und darf deswegen jetzt... Musste mein PC in den Flur packen, dass meine Mom sieht, dass ich nicht so viel vorm PC hänge. Was ich natürlich trotzdem tue. Aber trotzdem. Willst du das irgendwie so? Keine Ahnung. Bin ja dann eh bald Pfingst-Fan. Ich weiß jetzt nicht. Ich wohne in Bayern. Wo wohnt ihr so? Warte, Witte, Börk. Berlin, du Gangster. Schatt, ja. Wo gibt's den geilsten Staff in Berlin? Mein Schmaß. Hier gleich um die Ecke. Achso, okay. Bei dir im Keller, oder? Na klar, ich hab ne Handplantage bei mir. Achso, ja, okay. Hab ich auch immer. Hab ich auch in meinem Zimmer stehen. Oh, der hat deshalb musst du auch auf dem Flur aufnehmen. Nee, steht bei mir unterm Bett. Oh, du bist extra so gegen Polizei und so gesichert. Ja, genau. Alter, da unten ist es einfach so dreckig. Da will keiner hin. Wo, unter deinem Bett? Ja, Mann. Da sind ganz viele böse Monster. Oh. Bese, bese, bese. Okay, ich schau jetzt noch. Ah, ich hab noch Essen. Okay, es könnte sein, dass ich jetzt bald unsere ersten Hühner töten muss. Wenn das Essen ausgeht. Aber. Man weiß es ja nicht. Mach das jetzt doppelt hier, weil. Ich Angst habe, dass hier gleich unter mir Lava ist. Vegamego nimmt noch eine Runde auf. Hm, hm. Das ist auch immer der Letzte. Achso, wir sind ja zu dritt, ich spaß dich. Ich dachte, die ganze Zeit, wir sind zu zwei. Weil ihr seid irgendwie so, ich bin einer, ihr seid zwei. Also irgendwie, hab ich euch auf eine Person reduziert. Ist richtig, äh, ja, Denkfehler. Ich bin manchmal voll behindert. Ey, seid ihr gerade alle bei dem Dorf? Seid ihr gerade alle bei dem Dorf? Ja. Nein. Okay, gut. Nein, aber ich hab hier eine Person am Berg entlaufen sehen. Das bin ich. Ja, und deshalb frage ich gerade so, wie ich das... Ja, genau, jetzt schon. Ey, wir sind nur zu dritt auf dem Server. Achso, okay, gut. Also wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Ja. Wir sind gerade ganz gechillt drauf. So, ähm. Das ist gut. Ja, okay, ich glaube, wir machen erste Schlacht um hier. Okay, erstes Hund tot. War altes Hund tot. Es wird wieder dunkel. Wird es wieder dunkel? Jupp. Okay, dann würde ich sagen, äh, beenden wir dann eh mal langsam die Aufnahme. Ah, ja, das ist da, das ist ein Wasser. Ja, kommt hier mal alle ins Haus rein. Nein, das ist in Kohle. Äh, alles in. Ja, warte mal, ich... Ja, genau, genau, genau. Ich will ja mal hinterher schlafen. Endlich mal schlafen, ne? Ja, endlich mal, hier. Ja, warte, du Scheibenkleister, wie soll ich denn hier runterkommen? Ah, ich komme hier nicht runter. Junge, Junge, Junge. Guck mal, ich spring jetzt einfach mal. Tot. Ne, nur zwei Leben verlassen. Äh, zwei Herzen. Ja, ich mache mich mal auf den Weg zu euch. Ich springe mal. Ach. Dreckisch. Ich hasse es nicht. Ah, oh. Autsch. Die sind immer so schnell. Ja, richtig dreckisch. Glaubst du auch nur du? Ja, genau. Oh, herzlichen. Äh, wie süß. Komm, beeil dich, Mann. Wir haben gleich die 20 Minuten voll. Wir irgendwie... Wir nehmen immer 20 Minuten folgend auf. Ja, aber nur über 10, wir noch irgendwie 20 Minuten. Kommt, alle. Schlafen. Yeah. Schlafen, schlafen, endlich. Ja, Schleck. Oh, es ist wieder morgen. Wir haben das erste Mal geschlafen, Leute. Guten Morgen, wie geht's sonst? Ja, guten Morgen, dass du wiederseitig bist. Ja. Okay, ja. Genug gearbeitet, Alter. Jetzt gehen wir erstmal... Schlafen. Schlafen. So, ich gehe jetzt hier nochmal in die Wichse. In die Ecke und hole mir... So, na gut, dann... Okay, mach ich auch. Jetzt ausschauen muss, Alter. Bis zum nächsten Mal, okay. Ja, okay, ihr seid verrückt. Hau da rein. Ja, ich lock mich schon mal aus. Okay, na dann. Bis zum nächsten Mal. Ade.